Hallöchen liebe Minecraft Freunde Willkommen zurück zu Minecraft und ja wir waren ja zuhause angekommen also fast zuhause angekommen, wir müssen dann noch ungefähr 50 Meter zu unserem Haus hinlaufen So, erstmal müssen wir hier runde erstmal müssen wir hier runde, runde, runde So Wir müssen erstmal ja zum Lager, ich würde mal sagen zum Lagerhaus Unsere ganze Zeug müssen wir erstmal ein bisschen ablagern, obwohl so viel ist das gar nicht Obwohl, doch wir waren doch voll, ich habe die ganzen Blumen und alles hatte ich ja mitgenommen hier So, sind gleich da, wir sind gleich da Ähm, Slimebolts Slimebolts Granit, Murmel und Granit Haben wir das hier oben? Ja Granit Damit rein Birkenholz So So Seerosenblatt Die haben wir auch da mit drin, ne? Und die Seerosenblätter, oder haben wir die? Nein, da haben wir noch Äh Ich habe doch irgendwo Setzlinge Birkensetzling So Andes 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 So Wenn man das ausspricht, keine Ahnung, wo packe ich das überhaupt hin Ich glaube erstmal hier mit rein Ach, Diamanten nehme ich gleich mit Wir müssen mal reparieren, reparieren Unsere Rüstung müssen wir nämlich mal reparieren So, die Blumen Ich glaube die kommen jetzt vom Bauernhaus Oder so Bauernhaus? Weiß ich noch gar nicht Ich muss mal gucken hier Ich werde da gerade mal was nachgucken So, ein Häuschen hier Genau, hier war Zuckerrohr drin Alles klar, Zuckerrohr, Zuckerrohr Da ist Papier Ich vergiss das immer, was ich hier drin hatte Deswegen muss ich auch uns mal nachgucken Okay, Pfeil und Bogen Egal, wir können das vielleicht erstmal reparieren Wenn wir schon mal hier sind Oh Ja, es wird Zeit Es muss ja repariert werden Man sieht es ja, ne? So Wunderbar, packen wir das da rein Wollen wir da ein Diamant Okay, dann brauchen wir das ein bisschen mehr, ne? Ja, zwei Stück Oh So Was? Ach, jetzt ist der Ambus kaputt gegangen Mist Wo? Wo? Ach da Alles klar, alles klar Oh, wie baut man jetzt nochmal einen Ambus? Ei, ei, ei Wie war das denn? Das muss ich einen neuen machen hier Jetzt habe ich gar kein Eisen hier, ne? Ne, hatte ich nicht mehr hier Doch, da Oh Oh, 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 oh Habe ich gerade nicht im Kopf? Ich weiß gerade nicht, wie man nochmal einen Ambus baut Braucht man da nicht so die Dinger hier? Eisenblock? Ich glaube schon, ne? So Ach, in der Mitte muss ja auch noch was hin Drei Und denn hier unten noch einen, oder wie war das? Ich weiß auch nicht mehr mit einem Ambus Das reicht das aber nicht, ne? An Eisen hier Ähm Mist Was mache ich denn da? Ne Ach, wie war denn noch ein Ambus? Oder da Komplett voll Dass ich so drei nebeneinander habe Hm, ich muss mal als Lager nochmal wegen Eisen gucken Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal Äh, wo war das Eisen jetzt noch wieder hier? Äh, habe ich hier kein Eisen mehr? Ne, oder? Hier ist Goldbahn Wo hatte ich denn sonst mal Eisen? Da habe ich doch eine Kiste Ja Ich habe kein Eisen mehr Guck mal, wie wenig Eisen ich habe Hm Augen auf, Aske Mann, Augen auf So Machen wir da noch einen hin Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche Ich glaube drei Stück noch Ne Ne, auch nicht Ach, Mist, Mist, Mist Äh, wie ging nochmal ein Ambus? Ach, weiß ich jetzt nicht Schade Ich muss da nachgucken Ich muss nachgucken Äh, gucke ich da jetzt nach? Dann werde die Folge ein bisschen kürzer Obwohl, ne, komm Was könnte ich denn noch machen jetzt? Hm Gerade noch nicht im Kopf mit dem Ambus Mist Machen wir in der nächsten Folge In der nächsten Folge mit dem Ambus Und auch hier reparieren Weil ich muss unbedingt reparieren Man sieht es ja Legt das jetzt auch nicht an Falls es sonst kaputt gehen sollte Aber die Blumen Die Blumen müssen wir noch irgendwo unterbringen Hm Ich habe gerade überlegen, was wir machen Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich mache mal eine extra Kiste für die Blumen Habe ich noch irgendwo Platz hier oder so? Da oben, ne? Ja Ja So Ranken Die Ranken Die kommen erstmal hier mit hin So Dann sortieren wir das mal ein bisschen aus hier Äh Eichensitzling habe ich ja auch noch drin So Brauch mal einen Ach, da habe ich schon eine Blume Nämlich steht gleich Das Gras könnte da mit rein Ja Wunderbar Die Blume, die packen wir da hin Weißen wir Weißen wir Wissen wir, dass da Blumchen drin sind Oder ich weiß das Äh So Die Seerosenblätter Können wir hier auch hinpacken Bei den Gedönsel Aber ich glaube, ich hatte doch schon Ne, ich hatte noch keine Ich hatte bis jetzt auch noch kein Sumpfbium gefunden gehabt Deswegen Äh Eisenblock Ja, die behalte ich mal in einem Inventar Die brauche ich auf jeden Fall Für einen Anbus Aber das kann doch nicht angehen Äh Oh Nein Wir gehen noch mal in Ambus Oder war das Nee Nee Komplett rum Oder komplett voll machen War das ein Ambus? Warte, ich baue nochmal zwei Hier Verschwende jetzt das ganze Eisen So Nee Puh Äh So vielleicht? Nein Äh Ihr lacht mich bestimmt jetzt aus Die Dinger Asken Okay, ich lasse es lieber Äh, ich muss abwarten Ich muss nachschauen Wie man nochmal einen Ambus baut Ich habe es voll vergessen Egal, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen mal schlafen Weil es wird dunkel Oder ist schon dunkel? Eieiei Ist ja schon dunkel hier Mann, 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 Mann Und der Brunnen Hier muss der Brunnen nochmal hin Ich glaube, vielleicht mache ich das Offline mit dem Brunnen Äh Das mit dem Brunnen Das werde ich dann mal vielleicht abmessen Hier Das mache ich dann offline Da kann ich sozusagen mal Ein Let's Show oder so machen Hm, ich glaube, das mache ich nur so Ich werde mal offline Den Brunnen schon mal anfangen Mir das alles mal ausmessen Hier Und in welchem Wenn ich ein Ja, Let's Show machen Denke ich mir mal Oder kommt der Brunnen woanders hin Abwohnen Nee Ich denke mal, der passt hier hin So auf der Fläche hier, ne? Doch, der kommt hier hin Der kommt hier hin Der kommt hier hin So, wo schlafen Oder wollen ein paar Monster kill Ich habe sonst nichts auf dem Zettel Ich habe sonst nichts auf dem Zettel Ich habe jetzt keinen Plan In den letzten Minuten hier können wir sonst mal Monster killen Das ist natürlich schöner Kripper Können wir noch ein paar XP-Punkte sammeln Wieder zum Reparieren Dann brauchen wir ja auch So, hier wächst noch Kürbis Boah, die kloppen noch ein paar Monster hier Da ist noch ein Zombie So, die haben auch Down Da ist noch ein Zombie Kommen sie wieder von allen Seiten hier So, man hört es vielleicht im Hintergrund Hier haben wir noch eine neue Playlist laufen Ich hoffe, die ist nicht zu laut So muss ich noch nächstes Mal einen Tick leiser machen Schöne neue Musik Könnt ihr auch mal vorbeigucken Verlinkung ist in der Videobeschreibung Könnt ihr auch mal vorbeischauen So, haben wir noch ein Skelett Oh, wieder Pfeile Knochen bekommen hier Siehste, schon sind wir einmal rumgelaufen Und dann sind wir schon bei unserem Bauernhaus Kann ich gleich mal gucken, was wir hier noch weitermachen müssen Hier muss auch noch eine Blume hin Hier muss auch noch ein Balkon ran Da habe ich zufällig Erde dabei Hier war Kies Moment mal, da muss ich noch einen Kiesweg machen Hier hätten wir doch schon fertig, glaube ich War da gerade ein Creeper drin oder ein Zombie? Zombie Da ist ja noch ein Zombie hier Da ist noch ein Schaf Oh, wenig Monster hier Wenn man die Monster braucht Ah, da kommt er So, schön XP 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 Oh, das Bauernhaus, das werden auch noch so einige folgen werden Bis das fertig ist, hier das Bauernhäuschen Ach, Holz muss ich auch dem wieder besorgen Moment mal, ich sehe gerade, obwohl ich habe ja schon ausgebaut Ähm, oh nein, 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 nein Boah Und ein Flitzer auch noch Ähm, was ich eigentlich gerade sagen wollte Ich kann eigentlich noch ein bisschen schaufeln hier nebenbei Ne, noch ein bisschen schaufeln, hier muss noch ein bisschen Erde weg Was, was, ich höre mal Schritte So, meine eigenen Schritte Oh, ich dachte eben schon wiederkommen, Creeper, ey So, noch ein bisschen schaufeln Ähm, beim nächsten Mal, ja mal gucken Wieder, wie ich vorhin sagte, ich mache schon mal mit dem Brunnen weiter Oder Also ich weiß, mit dem Brunnen Nein, ey, ich habe es doch gewusst Alter, wieder von hinten hier, bang Äh, mit dem Brunnen fange ich dann schon mal an Ich messe mir das aus, wie das am besten passt Mache ich dann natürlich offline Oder auch so Sachen hier, wenn ich was wegschaufeln muss Das kann ich natürlich auch offline machen, ne Das ist natürlich nicht so spannend für euch So, wo geht's denn da unten Achso, da hatte ich ja mal ausgeleuchtet, ne So, schaufelt es auch gleich hinüber Na, kein Creeper da Ist ja langweilig Äh, Schwein hat wieder einen Drehwurm hier Äh, mache ich das genauso wie Oder, ne, ich glaube, ich mache hier oben nur eine Ebene, wo man hoch geht Und hier unten lasse ich das, oder? Äh, ich weiß es noch nicht Ich muss schon mal gucken Ich glaube, das da unten werde ich alles aushöhlen Oder soll ich nur Ne, Moment, das lasse ich so, weil Also nicht aushöhlen, zustopfen wollte ich das eventuell Aber später komme ich ja vielleicht noch im Keller hin Deswegen lasse ich das mal so So, auf jeden Fall komme ich ja zum Ende mit dieser Folge Liebe Leute Entweder mache ich beim nächsten Mal hier weiter Oder ich werde beim Brunnen weitermachen Offline Na, mal gucken Auf jeden Fall sage ich mal Bis zum nächsten Mal Und ich bedanke mich fürs Einschalten Lasst mir doch ein Abo da Lasst mir den Daumen nach oben da Wenn es euch gefallen hat, ne Und bis dann Tschüss